Gibt es den Weihnachtsmann? Also, rationelle Menschen sagen natürlich, das ist erfunden. Die Kirche sagt, das ist der heilige Nikolaus von Mirna, der, ich glaube, im dritten Jahrhundert lebte der, ein Bischof und ihm wurden verschiedene Wunder nachgesagt. Und er kommt dann am Nikolaustag oder er kommt zu Weihnachten und beschenkt die Kinder und das sei eine Mythe. Aber für mich ist es keine Mythe. Den Weihnachtsmann gibt es und den hat es immer gegeben. Das ist ein Archetypus. Es ist der Weihnachtsmann erschienen in verschiedenen Formen. Es ist der alte Weise, der am Jahresende oder am Ende eines Zyklus erscheint und der die ganze Weisheit gesammelt hat. Und der mit sich trägt, der Weihnachtsmann, der trägt einen Sack mit sich. Und da sind Äpfel und Nüsse drin und Brot. Und das sind Gaben des Überlebens. Und in der anderen Hand trägt er ja Ruten. Und das sind Haselruten, müssen Haselruten sein. Und das ist nicht, wie man im Biedermeier-Zeitalter, das wurde ja Strubelpeter, so ein Unsinn geschrieben wurde. Das ist nicht zum Züchtigen, unartiger Kinder, sondern das ist, weil die Haselnuss verbindet mit der Anderswelt, zum Übertragen von Fruchtbarkeit. Und da hat man jungen Frauen einen Streich gegeben und die Ahnen sprangen hinüber und dann konnten die Ahnen wiedergeboren werden. Das ist ein Fruchtbarkeitszauber. Und das kommt gerade in den dunkelsten und kältesten Zeiten. Zur Wintersonnenwende erscheint er. Dann gab es überall den Weihnachtsmann, den Geist des Winters. In England erschien er auf den britischen Inseln mit Stechpalmen, Schmuck um den Kopf. Und er hatte einen grünen Mantel, er war der grüne Mann, er war derjenige, der das grüne Leben, das Leben überhaupt verkörperte. In Mitteleuropa erschien er aus dem tiefen, tiefen Tannenwald. So habe ich es als Kind erfahren in Sachsen. Da kommt der Weihnachtsmann und mit ihm kommt das Christkind. Und wo kommt er her? Ganz aus dem tiefen, verschneiten Wald, ganz, ganz weit weg. Das ist so die Saturnsphäre, das Äußerste. Er kommt aus der Tiefe des Seins und bringt seine Gaben. In Nord, ja, in Skandinavien und so, da kommt er auf einem, in Deutschland hier und da auch, kommt er auf einem Hirschgeritten oder auf einem Schlitten gezogen von Rimm-Tieren. Das sind Schamanentiere. Die Schamanen, die reiten hinaus in die anderen Welten, oft auf Hirsch. Manchmal ist es nur die Trommel mit Hirschfell oder Hirschleder bespannt und jeder Trommelschlag ist ein Schritt des Hirsches. Bong, bong, bong. Und so geht der Schamane in die Welt hinaus, in die geistige Welt und so kommt er auch wieder. Und der Weihnachtsmann ist ein Wesen aus ganz, ganz weit, der mit einem Hirsch geritten kommt in unsere Mitte und zwar zur Wintersonnenwende. In Russland ist es Väterchen Frost mit seinem Enkeltöchterchen Schneeflöckchen. In China ist es, ich glaube, er heißt Xu Xin. Und das ist derjenige, der, ein Alter, der da mit einem Pfirsich auch als Zeichen des Lebens erscheint. So ein Pfirsich, wie bei uns in unserer eingeborenen Kultur der Apfel ein Zeichen des Lebens war. Und überall gibt es diesen Archetypen. Also er ist vielleicht nicht hier unbedingt physisch wie der Nikolaus. Keine historische Person, sondern eine reale Person der geistigen Welt. Gibt es den Weihnachtsmann? Fragt die Kinder. Die meisten wissen das. Also das ist mir auch schon passiert. Da war ich in Karlsruhe. Da sollte ich einen Vortrag halten über Kräuter. Und das war zugleich eine Schule für Kinder. Und ich bin da rein und habe Kräuter gesucht. Und da kamen die Kinder an. Es war gerade kurz vor Schulschluss. Da kann man, hey, wer bist du, wer bist du? Da habe ich so scherzhaft gesagt. Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Aber pssst, ich bin hier auf Urlaub. Niemanden sagen. Und der Nikolaus ist da, der Nikolaus ist da. Und das machte die Runde. Und dann kam sie und ein Mädchen kam und sagte, aber eins will ich dir sagen, lieber Nikolaus. Das, was du mir letzten Winter gebracht hast, das war einfach perfekt. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Und dann kam, ein bisschen später, kam eine Mutter, die holte eine Tochter ab. Und das kleine Kind sagte, Mutter, Mutter, der Nikolaus war hier. Und sie sagte, das ist Quatsch, das gibt es nicht. Den gibt es ja gar nicht. Aber die Kinder wissen. Oder in Leipzig ging ich über den Markt und hörte wie ein kleiner Junge, der ging an der Hand des Vaters, sagte, Vater, ist das der Nikolaus? Ja, geh, frage ihn doch selbst. Aber er hat sich nicht getraut. Aber dann, als er vorbeiging mit seinem Vater, sagte der Kleine, ich bin ganz artig gewesen. Also, es ist ein Urbild, das in uns lebt. Und Kinder sehen die Urbilder viel eher, weil sie aus der geistigen Welt kommen. Und sie sind nah, sie sind näher dran an diesen Urbildern. Und diese Urbilder sind immer heilend für uns. Sie sind ja heile gewesen. Sie sind heilend für unsere Seelen. Deswegen brauchen die Menschen Mythen und Märchen, weil das die Seele heilt. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Teil der Heilung. Und der Weihnachtsmann gehört absolut mit dazu. Er bringt den Segen. Der Nikolaus gehört auch mit zu diesem Komplex. Also, der Archetypus zeigt sich durch Nikolaus. Und da gibt es ja den Nikolaustag am 6. Dezember. Und da hat man die Schuhe geputzt. Das kenne ich noch. Die mussten gut sein. Schuhe waren nicht etwas, was man so einfach im Schuhladen kaufte und wegschmiss. Das hat der Schuhmacher gemessen und gemacht. Das war etwas ganz Besonderes. Das ist das, was uns durch das Leben trägt. Und die wurden sauber gemacht und wurden am Schornstein oder am Kamin hingestellt. Denn der Weihnachtsmann kommt selbstverständlich durch den Schornstein durch. Denn das ist der Geistereingang. Er ist ja ein Geist. Er packt seinen Rentierschlitten oben und dann, egal ob er dick ist, meistens ist er dick, und kommt durch den Schornstein und tut dann seinen Segen in Form von Nüssen, Äpfeln, heute Schokolade und so, in die Schuhe hinein. Und dann lässt es sich leichter durch das Jahr gehen, weil der Segen da drin ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017